99 erst mal drei darts für felix und mit der erste dacht machte im doppel 8 100 auf noch 205 für felix 118 drippel 20 18 und tops und check schöner doppel schöner ausruf 40 nicht viel druck für felix 20 konzentriert sich noch mal auf die doppel 20 kann er den anspielen kann er schöner letzter 2 zu 1 führung für felix scherz nichts muss nachlegen kein trippel 60 wieder ein trippel für lucas beinah und war die nachbarn doppel 13 feld x 3 darts für break und erste das wird lucas schmerzen das könnte es gewesen sein für lucas da man drei darts für felix scherz für doppel 8 erste darts konzentriert sich noch mal fokussiert geht etwas nach rechts um den winkel zu vergrößern mit start nummer drei und drin ist er drin ist er und felix ist auch drin und in die letzten acht lucas da man ausgeschaltet beide 70er schnitt 4 zu 1 felix scherz bis zur ersten